Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ah stimmt, neues Level. Wo war er doch schon hier? Neuer Abschnitt. Okay. Verhältnismäßig starke Gegner dafür hingestellt. Gut, ähm, ich glaube hier geht es auch schon direkt mit dem ersten Siegel los. Wir haben nämlich insgesamt acht Stück und 58 Gegner. Schau mal ein. Hm. Naja. Okay. Dann holen wir uns das doch direkt mal. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hallo. Oh, neue Gegner. Dankeschön. Hm. Ah, noch nicht. Ja, wir kriegen hier direkt schon mal ähm, die Waffen nach und nach. Sehr schön. So. Hm, 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 hm. Okay. Nein. Uh. Das war's mit dir. Und das war's allerdings auch mit mir. Okay. Das heißt, wir speichern. So. Dann nochmal. Ich wollte das noch nicht öffnen, aber gut. Noch ist ja nichts rausgekommen, ja? Ja. So. Das ist glücklicherweise ein bisschen selber gespringt. Das ist okay. Gut, das war deutlich erfolgreicher. Das hilft echt, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ich hatte schon befürchten, dass hier... Ach, du hast das Ding aufgeschossen. Das wollte ich eigentlich zulassen. Das macht mir meinen ganzen Plan hier zunichte. Das heißt, Plan. Vorhaben. Ah. Aber irgendwie hat er dann auch schon mal hier die, äh, das Secret geöffnet. Netterweise. Okay. Ähm. So. Ja, gespeichert hatten wir, glaub ich, grad. Dann müssen wir da drauf. Ah. Next is the Secret. Haben wir die jetzt, äh, wahrscheinlich nicht umsonst gekriegt, ne? Hm. Aber das kommt wohl später. Okay. Okay. Ich glaub, ich bin grad gegen das Ding, äh, laufen, deswegen wollte ich die Tür zugehen. Hm. Okay. Ihr seid zum Glück kein allzu großes Problem. Na, ihr schon, ihr. Hm. Hm. Von überall kommen sie jetzt hier. So. Nacht. So, also, den haben wir. Hm. Ja, n. Aber den anderen beiden werden sich noch ein Secret. Hm. Hm. Was ist das denn? Ein Horn. Du bist auf unserer Seite? Du bist auf unserer Seite? Das hat halt nur keine wirklich gute Wegfindung, merke ich. Und, das hat mir das. Ich bin jetzt hier. Okay. Okay. So. sich lohnt. Okay. Dann Nummer zwei. Moment, ich lese gerade. Hm. Ähm. First is here, yeah, it's no problem. Ähm. Das sieht mir aber so aus, als wäre das beim ersten mit dem Secret. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wohl, komm, den können wir schon mal drücken. Ah. Das lohnt sich dann noch nicht. Hm. Ne, ist doch woanders, okay. Vielleicht, warte, ist das der dritte Button? Nee. Das ist es, okay. Ja gut, das ist deutlich eher zu sehen. Kann ich uns raufschießen? Und, mach da mal was. Und du sollst... Geh runter und erledige die. Du bist so verdammt unnütz. So. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall gelohnt. Hier vielleicht die Schlüssel nehmen sollen. Wer weiß, was da jetzt noch gespawnt wäre. Dann hätte ich den Quad damit schon mitnehmen können. Ähm. So. Machen wir es so. Dankeschön. Sieht eigentlich gegnermäßig aus. So gut. Die Hälfte haben wir. Auch schon mehr. Dann. Wo war der zweite? Und da können wir theoretisch weiter. Ah genau, hier war der andere. Okay. Gut, das ist... Ich bin halt die andere Richtung. Äh, die... Die Dings. Ähm. War noch nicht. Ach, es scheint wirklich nur ein 50er zu sein. Okay. So, das heißt, wir haben 5 von 8. Cool. Dann können wir jetzt mal die blaue Tür aufmachen. Da geht's dann schon direkt weiter mit den Secrets, wie mir scheint. Gut. Okay. Okay, du bist jetzt sehr, sehr nützlich gewesen. Vielen Dank. So, ist hier wieder irgendwas zum Drücken? Hm. Ja, da wäre das nächste Secret. Okay, springen wir das weg. Dankeschön. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was dieses Empathy Schild bringt. Mein großartig... ...viel Schaden reflektiert ist, glaube ich, nicht. ...habe ich so den Eindruck. Von daher. So, weiter geht's. Hm. Aber müssen sie nochmal zurück. Hm. Hier muss auch... Ah, okay. Ja, das ist... ...auf einigermaßen eindeutig, wie heute das hätte geholfen. Aber Hauptsache, die Siebel ist mitgenommen. So, eins fehlt tatsächlich nur noch. Hm. 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 Leben aufgesammelt. Leben aufgesammelt. Ah, sehr gut. Oh, du lebst noch. Oh, du lebst noch. Ja. Woll. Jetzt darfst du mich treffen. Ähm. Wir haben noch acht Gegner. Über. Tatsächlich. Ich mein, hier ging's ja auch noch weiter. Ich hoffe, du hältst noch lange genug. So, das dürfte ich mir auch nicht schief mitgegeben haben. Und jetzt können wir wahrscheinlich ganz zurück. Wir hatten nur noch eine verschlossene Tür da hinten. Ne, war eins drüber, ne? Ja. Das war eine Etage höher. Du warst es nicht. Du vielleicht. Ne, okay. Hm. Aber ich müsste... Du, 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 du. War das hier? Ja. Da, komm. Okay. Fühlen doch noch drei Stück. Aber hier war ich ja schon. Ah, genau. Okay, okay. Da müssen wir hin. Das dürfte mich aber wahrscheinlich dann direkt runterbringen. Und da, wo waren wir denn noch nicht? Haben wir irgendwo Wasser, wo vielleicht noch Fische drin sein könnten? Denn hier haben wir jetzt alles abgefrühstückt. Ja, ja. 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 Einrastfunktion und so. Hm. Hm. Ja, das hier noch überspawnt, glaube ich nicht. Er fängt ja schon gut an. Direkt 30 Gegner, wir sehen hier. Im ersten Level. Vom neuen Abschnitt. Toll. Aber keine Ahnung, wo die noch hätten sein können. Andererseits, wie gesagt, diese eine Tür geht ja auch nicht auf. Ah, Moment. Vielleicht macht der Schalter diese Tür auf. Kann das sein? Denn sonst haben wir hier ja alles. Hier unten war nix mehr. Das ist hier alles erledigt. So, ihr seid auch alle platt soweit. Dann schauen wir mal. Springst du schon wieder nicht? Ja, es fehlt noch einer. Gut, aber wie gesagt, keine Ahnung, wo der ist. So, wir sind die Secrets, haben wir alle. Okay, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.